So Leute, wir sind gerade in einer Demo gegen Impfung. Wir sind wahrscheinlich gegen Impfung, sicher sind jetzt nicht. Ja Leute, ich film euch... Ich film euch... Digga, ich fick mein Deutsch. Egal. Ich zeig euch gleich, wie die so rumlaufen. Ja, guck mal auf. Zeig das neulich. Vielleicht sieht man es bis jetzt. Die sind dort. Ja, man sieht ganz da. Man sieht ganz da. Wir filmen gleich. Ey, ich weiß nicht. Wir mussten wahrscheinlich... Ja, wir sind bei diesem Park. Ja. Wollte ich gerade. Digga, die gehen in den Zoo, ne? Wir mussten dann von hier so. So Leute, ich mach kurz Pause. Wir sehen uns gleich, wenn wir die gesehen haben. Ah Leute, ich hab vergessen. Morgen kommt ein geiles Video. Ich zeig euch... Ich zeig euch morgen dann, was für ein Video kommt. Halt dich feste. Es kassiert gerade. Ich zeig euch... Morgen. Was für ein geiles Video kommt. Sag ich euch morgen. Boah, seid auf jeden Fall dabei. Ist jetzt anders mit. So Leute. Hier. Die ganze Polizisten, Wohnungen. Aber das Beste ist... So Leute, jetzt kann man besser sehen. Bei dem ist voll ein Schaf geboren. Ja. Boah, Leute. Sorry für die letzten Videos. Ich weiß, war ein bisschen Scheiße und so. Ich bin müde, dass er die Videos macht. Und... Ja. Was ganz wichtig gedacht. Bei dem. So Leute. Da ist das Demo. Da sind die ganze Häuser. Und euch noch... Ich weiß, Weihnachten vorbei. Aber noch frühe Weihnachten und so. Und feiert Silvester geil. Ich weiß mir nach. Ich glaube, ich kann Feuerwerk oder sowas machen. Aber lass es trotzdem schnell. Ja. Auf meinem Kanal auch. Bitte einmal die Kommentare. Full-up-spame. Ey, Bruder. Da willst du noch wo wir sind? Wir sind in Amerika. Hauptsache das ist noch Deutschland. Also ich weiß, wo wir sind. Ja, irgendwie. Dabei ist alles. Ihr habt in Nürnberg studiert. Ey, lass hier bleiben. Lass hier... Lass dir ein bisschen vor. Boah. Einiger. Auf mitlaufen. Auf mitlaufen. Auf mitlaufen. So. Ja, die sind gleich Leute, die wir bei Stadt gesehen haben. Ja, lass doch. Sollen wir ein Video zeigen? Ah. So Leute. Wir haben so Zettel bekommen. Für die nächsten Treffen. Wir haben noch so einen Zettel bekommen. Keine Ahnung was es ist. Hier. Müssen wir das Haus mal genauer anschauen. Ich schrug noch so ein bisschen. Wringgo 14 abcheckt alle. Zuschauer. Der Hypers. Ich weiß gar nicht, warum Spie Europa lade. Wenn du den Bild machst, dann schneide ich den Bild. Ja, okay. Drei Minuten. Bei mir ist... Okay. Bei mir ist kein Office-Secret. Ich gehe weg. Kannst du es nicht sagen? Oh shit, man. So Leute, wir versuchen die Demo besser aufzunehmen, aber geht grad nicht. Ja, wo geht man da hin eigentlich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo man dorthin geht. Aber ich weiß nicht, wenn man so hinter geht, dann geht man zurück. Ja. Kannst du das Video machen? So Leute. So Leute, wir gehen jetzt wieder einmal ganz zurück. Wir gehen jetzt gerade hoch. So Leute, das war's mit dem kurzen Blog über Demo. Wir sehen uns alle morgen bei einem krassen Video. Und tschüss. Seid auf jeden Fall alle dabei. Checkt auch bei mir alles ab. Sieht man mich? Wo bin ich? Ah, hier ist Modell. Ja, checkt bei mir auch alles ab. Und ja Leute, wir sehen uns dann alle morgen. Und tschüss. Ich weiß nicht, wie ich. So Leute. Ich weiß nicht, wie gerne alle Zeit fahren will. Bis zum nächsten Mal.